Mein Onkel hat mir heute geschrieben, ich lese mal vor. Das ist übrigens der Onkel, der aus Prinzip Dortmund-Fan geworden ist. Ähm, er schickt mir zum Beispiel sowas hier. So, ein klassischer Nachtreter, okay? Also er schickt dann zum Beispiel, er schickt sowas. Ein Spieler von Schalke war hier. Woher weißt du das? Zwei linke Füße. Ja. Hi Simon. Ich wollte mich bei Schalke als Trainer bewerben und suche noch einen Profi für die Außenvertretung gegenüber den Medien. Wie sieht es da mit dir aus? Besondere Qualifikationen im Fußball habe ich nicht. Aber dafür sollte es reichen. Und du kannst doch alles schön und perfekt verbal darstellen. Das Salär können wir uns ja teilen. Kann dann aber ruhig knapp unter eine Million per Anno liegen. Den restlichen Trainerstab übernehmen wir einfach. Ist dann für den S04 preiswerter. Was die letzten beiden Blinden pfeifen konnten, das können wir bestimmt auch. Ich schreib ihm so, machen wir es.